Willkommen zurück bei Crusader Kings 3 und mit dem Release von Road to Power sind einige neue Spieler hinzugekommen. Erstmal willkommen zu unserem Lieblingsspiel. Und deswegen wird es auch nochmal Zeit für ein neues Tippvideo, damit die Veteranen, aber auch die Einsteiger, einige Dinge nochmal vor Augen geführt bekommen, die vielleicht nicht ganz so offensichtlich sind. In der Tutorial-Liste auf meinem Kanal findet ihr alles möglich zum Krieg, zur Tradition, zur Kultur, zur Entwicklung. Sucht euch da irgendwas raus, wenn ihr noch Hilfe braucht. Ansonsten steigen wir einfach direkt mal ein mit einem, glaube ich, recht unbekannten Tipp. Und für diesen ganz speziellen Tipp gehen wir einmal zu unserem Frankreich-Playthrough, wo wir innerhalb von 150 Jahren einen legendären Dynastie-Status erreicht haben. Ihr könnt ja auf dem zweiten Kanal nachsehen, das hat viel mit Liebesdingen zu tun. Und ich habe auch die Strategie einmal erklärt, wo eure Dynastie legendär werden kann. Was kann man machen? Wenn ihr einen Krieg erklärt, und zwar eine ganz spezielle Form von einem Krieg, den ihr nur haben könnt, wenn ihr entweder kriegslustig oder Machtstreben als euren Grundsatz habt, dann könnt ihr wesentlich mehr erringen, als das, was eigentlich angegeben ist. Schauen wir zum Beispiel mal hier bei diesem Kaiser-Königreich-Einfallen an. Also Invasion CB auf Englisch. Hier könnt ihr aussehen, welches Königreich ihr erobern wollt. Ist relativ frei und auch eine sehr mächtige Fähigkeit, weil ihr halt einfach wirklich jedes Königreich euch einverleiben könnt. Und jetzt würde jeder Spieler sagen, bei 100 Prozent, sobald ich diesen Krieg gewonnen habe, werde ich einfach den Frieden akzeptieren. Aber der in Königreich-Einfallen, also Invasions-Carsus Belli, ist der einzige mir bekannte Carsus Belli, der es euch ermöglicht, dass ihr zusätzliches Territorium, außer das, was ihr am Anfang benannt habt, erobern könnt. Denn wenn ihr jetzt zum Beispiel Königreich Ostfrankreich hier erobern wollt, dann könnt ihr hier vorne auch Gebiete belagern und alle Gebiete, die am Ende belagert sind, werden ebenfalls an euch übergeben werden. Das ist mir mal aufgefallen, als ich glaube, beim Israel-Playthrough einmal etwas belagert habe und auf einmal Gebiete bekommen habe, die ich gar nicht innerhalb von meinem Carsus Belli drin hatte. Was das einfach für euch heißt, wenn ihr diesen Carsus Belli eben durch diese zwei grundsätzliche Ebenen gezeigt habt oder wenn ihr Stamm seid, freigeschaltet habt, dann sucht euch nicht das Königreich aus, was ich auch immer machen würde eigentlich, das am nächsten Bereich ist und das euch einfach schön große Masse gibt, sondern sucht euch ein Königreich aus, das etwas weiter weg ist. In dem Beispiel wäre es jetzt Ost, das Ostfrankenreich. Ja, warum? Weil ihr hier vorne einfach alles belagern könnt, dafür die Punkte hochbringt, am besten noch einen Kampf gewinnt und dann, wenn ihr das gesamte Gebiet hier belagert habt, nicht nur Ostfrankenreich bekommt, sondern auch diese Gebiete, die hier vorne in Lothringen liegen würden. Und dieses kleine Detail könnt ihr hier erkennen, denn es steht ja hier, französische Invasion von Königreich Ostfrankenreich. Und bei diesem ganz kleinen Schriftzug hier, er sagt es doch, ihr übernehmt alle Titel, die im Reich von Kaiser Hans Wurst, die die Jury zum Zieltitel gehören und alle, also so wie alle besetzten Grafschaften außerhalb davon. Es ist also direkt vor uns zu greifen nah, aber ich glaube, die meisten von uns und von euch wissen das nicht. Ich, wie gesagt, wusste es auch lange Zeit nicht, bis ich gemerkt habe, dass da irgendetwas nicht stimmte und ich extra Gebiet eingenommen habe. Es lohnt sich also, gerade bei diesen Invasionstiteln, wenn man 100% hat, mehr einzunehmen. Ihr seht es hier an der Forderung. Ihr seht schon aufleuchtend, dass dieses Gebiet, das wir jetzt belagert haben, auch uns gehören würde. Ich zeige euch einmal, wie es aussieht, wenn ich jetzt hier das gesamte Gebiet belagert habe und was wir dann alles bekommen würden. Und ihr könnt es jetzt sehen, da hat die KI automatisch das Ganze beendet. Aber ihr könnt sehen, unser Königreich, was wir eingenommen hatten, war nur Ostfrankenreich. Ihr könnt erkennen, dass wir das jetzt komplett von ihm, also was er da von besessen hat, übernommen haben. Außerdem haben wir alle Gebiete hier, die wir vorne belagert hatten, in Lothringen eingenommen. Das heißt, wir haben bei Schlappe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zu circa 10, 11 Gebiete zusätzlich übernommen. Das heißt, macht auf keinen Fall diesen Fehler, bei 100% sofort den Krieg zu beenden, wenn ihr dieses Innenkönigreich einfallen benutzt. Bei allen anderen Kriegen, meines Wissens, funktioniert das nicht. Aber bei diesem Krieg könnt ihr unendlich theoretisch Gebiete mehr nehmen von Herrschern, die größere Gebiete haben als nur ein Königreich. Ihr seht, wir haben gerade das Heilige Römische Reich um die Hälfte seiner Gebiete erleichtert. Ein absolut genialer Geheimtipp, der mir lange Zeit, auch hunderte Stunden, nicht bekannt war. Und ja, es ist mir ein bisschen peinlich, aber wisst ihr, was ich auch nicht wusste, und zwar sehr, sehr lange Zeit, die gut eigentlich Holi schmeckt. Denn wenn ihr einen leckeren Drink haben wollt, der keinen Zucker enthält, eine gute Alternative auch zu komischen Energydrinks darstellt, dann solltet ihr auf jeden Fall mal Holi probieren. Ich kann euch nur empfehlen, probiert einfach mal die Teesorten oder die Hydration oder wenn ihr Bock auf Energy habt, eben auch die Energiesorten. In meinem Code OMNI5 kriegt ihr das Ganze für 5 Euro günstiger und das ist eigentlich ein unschlagbares Angebot. Ihr habt außerdem die Möglichkeit, mit OMNI auch 10% auf alle weiteren Lieferungen zu bekommen. Und nur dann, wenn ihr auch wirklich sagt, hey, da habe ich Bock drauf, das möchte ich mal probieren, ich gucke mal, ob ich da auch vielleicht den OMNI unterstützen kann, dann kriege ich auch eine Provision dafür, sonst bekomme ich da nichts. Und wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, ich trinke es auch sehr gerne, auch immer im Stream und kann mich nur ganz klar für dieses Getränk aussprechen. Das kann man immer mal wieder trinken, es ist super, super lecker. Und gerade wenn ihr eine Empfehlung haben wollt, nehmt sowas wie Acai-Tee oder nehmt einfach generell die Teesorten, aber auch die Hydration, wenn ihr so ein bisschen saftigen Softbring haben wollt, sind sehr gut für euch geeignet. Außerdem empfehle ich noch immer, und da bleibe ich bei, Raspberry Raptor als Energy Drink, obwohl ich überhaupt kein Energy Drink Trinker bin, gönne ich mir das doch ab und zu mal gerade nach der Arbeit von Stream oder sowas, damit ich auch noch ein bisschen Power habe. Und es schmeckt einfach richtig lecker. Ich bedanke mich auf jeden Fall für jede Unterstützung, ihr wisst gar nicht, wie viel mir das bedeutet. Aber Quatsch war nicht lang drum herum, gehen wir wieder zurück zu dem zweiten Tipp. Und da wir eh schon beim Thema sind und gerade genau das richtige Savegame dafür haben, geben wir doch einen weiteren wichtigen Tipp ein, gerade für euch, die gerne in Zentraleuropa spielen und auch gerne in Christentum spielen. Generell geht das für alles, was nicht Stamm ist und gewisse Grundsätze in der Religion habt. Denn ihr wisst, es ist sehr, sehr mühselig, wenn man am Anfang des Spiels eigentlich gar keinen Casus Belli hat, und irgendeinen Ratsbälle nutzen muss, um hier irgendwelche Ansprüche zu fingieren auf einzelne Grafschaften. Dann kriegt man vielleicht mal eine Grafschaft, vielleicht, wenn man Glück hat, mal ein Herzogtum. Aber das war es. Und das, um das möglich zu machen, auch ohne, dass ihr irgendwelche heidnischen Religionen seid, könnt ihr hier auch einen Grundsatz nutzen. Der ist den meisten Veteranen bekannt, aber ich glaube auch für viele Neulinge ist es sehr wichtig, das nochmal zu verstehen. Wie könnt ihr es schaffen, dass ihr innerhalb Europas, also mit den ganzen Katholiken, die nebenan sind, sehr viele Kriegsgründe habt und von denen nicht komplett überrannt werdet? Und dafür müsst ihr zwei Dinge in eurer Religion ändern. Fangt ihr jetzt als irgendeine christliche Religion an, ganz wichtig, katholisch oder inselchristlich, was hier nicht mehr vorhanden ist, orthodox, oder einen anderen der regulären, nicht der ketzerischen christlichen Religionen, da sind zum Beispiel auch Koppentum noch zu erwähnen, dann könnt ihr nämlich einen ganz besonderen Mechanismus nutzen, der nur beim Christentum vorhanden ist. Und ihr müsst ihn auch nutzen, damit ihr hier im Kern von Europa, so wie ich es jetzt hier mache, nicht direkt von allen katholischen Glaubensmitgliedern umgebracht werdet. Ihr seht nämlich, dass ich zum katholischen Glauben begeleitet bin. Normalerweise, wenn ihr eine neue Religion gründet, werdet ihr immer feindselig gegenüber der anderen Religion. Es kann auch sein, dass ihr bösartig sogar werdet, aber feindselig ist so der Standard. Wenn ich eine normale christliche Religion gründe und da tue, was ich will, dann würde das auch so enden. Und dann kann jeder von euren Nachbarn einen heiligen Krieg gegen euch erklären. So ist das nicht möglich. Ihr natürlich auch nicht, muss man auch daran denken. Ihr selber könnt auch keine heiligen Kriege hier erklären. Ihr seid nämlich so nah an Verwandt mit dem Katholizismus, dass ihr eben auch das gleiche Glaubensoberhaupt, also den Papst habt. Damit habt ihr sogar noch einen Vorteil, den ihr wissen solltet. Denn zusätzlich ist der Papst weiterhin euer Anführer, euer Glaubensanführer und kann euch immer noch weiter mit Gold versorgen. Das kann zwar jeder, weil der Papst hat eben sein dickes Ruhm und kann euch immer mit Viehgold versorgen. Doch was müsst ihr jetzt tun? Ihr habt als christlicher Glaube, der nicht heretisch, also nicht ketzerisch angesehen wird, immer diesen Trait Ökumene mit drin. Das hat keine andere Religion. Die anderen Religionen haben im Laufe der DLC langsam oder Patches auch langsam immer besondere Traits bekommen. Wenn ich zum Beispiel Ascharitisch angucke, dann steht da Sunnitisch. Dann werden andere sunnitische Glauben auch als fehlgeleitet gesehen. Ist auch ganz wichtig, das ist beim Christentum so aber nicht möglich. Denn die Ökumene, die kann man sehr schnell verlieren, wenn man nicht aufpasst. Wenn man seine Religion nämlich einfach ändert, dann kriegt man davon gar nichts mehr. Die Ökumene ist, und ihr seht es hier auch einfach festgeschrieben, ihr seht nicht, ja wie behalte ich die denn eigentlich? Sobald ihr einen neuen christlichen Glauben gründet, ist sie weg. Außer, ihr benutzt einen Grundsatz, den wir hier oben schon sehen können, Ritus. Ihr seht nämlich nur Ritus, da steht es nämlich nochmal, behält Ökumene. Christliche Glauben mit Ökumene behalten diese bei der Erschaffung. Und damit werden andere Glauben, die ein gleiches Glaubensobert haben, also den Papst, auch als nicht feindlich, sondern fehlgeleitet betrachtet. Das ist eben unser erster Schritt. Damit seid ihr schon mal sicher. Auch in Kerneuropa, fehlgeleitet gibt einen minimalen Malus, ich glaube von 10, ja 10, 15 maximal. Auf jeden Fall sehr, sehr wenig, was gar kein Problem eigentlich darstellt, wenn ihr nebenan wohnt, in Anführungszeichen. Das ist ähnlich wie Katholizismus und Orthodox. Die beiden sehen sich auch als fehlgeleitet. Das ist aber kein großes Problem. Ihr könnt weiter Bündnisse schmieden, Hochzeiten führen und so weiter und so fort. Werdet also da noch als Mitglied angesehen. Der zweite Punkt, wenn ihr nicht die ganze Zeit nur blöd Ansprüche fingieren wollt und nicht diesen Fehler macht, eine grafische Warte der anderen zu pumpen, ist eben Machtstreben. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr eure Religion halt reformiert, verändert, dann könnt ihr natürlich auch nochmal in Tutorials hineingucken, gerade bei der Entwicklung. Das erste Video, da erkläre ich das nochmal. Aber an sich geht es halt vor allen Dingen um viel Pilgerreisen, das findet ihr auch im Stream. Und bei diesem Entwicklungs-Speedrun, da habt ihr ganz viel bei mir zu sehen. Generell kann ich aber jetzt nur zu sagen, damit es nicht zu langweilig für den Tipp, dass ihr Machtstreben braucht. Wichtig ist, die katholischen oder christlichen und die muslimischen und die östlichen Religionen können keine Kriegslust haben. Kriegslust wäre immer hier unten und ermöglicht euch, bei den Asato-Können, wenn wir es sehen, wenn auch welche da sind überhaupt, dann ermöglicht euch das nämlich, einen konstanten Angriff zu haben. Ihr habt immer Invasionsgründe, diesen Invasionskrieg, den ich eben meinte, den braucht ihr, um diesen krassen Mehrgebietekrieg durchzuführen. Und ihr könnt eigentlich konstant benachbarte Länder überfallen. Das können katholische oder christliche und muslimische Religionen eben nicht tun, genauso wie nicht für östliche Religionen. Und dafür braucht ihr Machtstreben. Denn Machtstreben gibt euch auch diesen Erhöhungskriegsgrund. Das sieht man vielleicht weniger, kennt man vielleicht weniger, weil man es nirgendwo in der Religion mit drin hat. Ich glaube, es gibt Einzelne, die nicht mehr aktiv sind auf der Karte, da ist es mit drin. Da kommen zwar ein paar schlechte Sachen drin, denn jeder Vasall mag euch weniger. Deswegen ist das schon ein bisschen furcht zu genießen, wenn man gerade Anfänger ist. Aber es ist eben genial, weil ihr auch Titel billiger schaffen könnt und konstant Krieg führen könnt. Und zwar einmal im Leben diesen Invasionskrieg, den ich eben vorgestellt habe, womit ihr mehr Gebiet holen könnt. Und sonst genauso wie beim Kriegslust konstanten Kriegskrunk die Nachbarschaft. Ein Vorteil ist sogar, dass Machtstreben keinen Friedenszeit-Malus gibt, so wie bei Kriegslust. Wenn da nicht konstant Kriege führt, dann kriegt ihr auch noch bei den Vasallen ein Malus. Ja und damit habt ihr eigentlich ein absolutes geniales Spiel. Denn jetzt könnt ihr auch mitten in Europa, so wie ich es heute hier mit Frankreich gemacht habe, mit allen Leuten noch Bündnisse haben und gleichzeitig das, was wir hier gerade eben im ersten Tipp gemacht haben, einfach mal unseren Nachbarn, unseren katholischen Nachbarn, einen riesen Klumpen von Gebiet klauen mit diesem Invasionsgrund. Wir haben hier gerade das Heilige Römische Reich, wie gesagt, komplett zerstört. Statt, dass wir einfach mit unserem Ratsprediger hier eine Bravschaft irgendwo vielleicht in Anspruch holen, wenn wir Glück haben, vielleicht mal ein Herzogtum. Und ja, wenn ihr einen gigantischen Ratsprediger habt, was ja beim Katholizismus fast unmöglich ist, dann könnt ihr auch mal ein ganz Königreich bekommen, ist aber sehr, sehr, sehr selten. Und damit habt ihr die Möglichkeit auch als christlicher Glaube, der sehr eng mit den anderen christlichen Glauben verbunden ist, massiv zu erobern und braucht nicht in diesem nischenkleinen Gebiet hängen zu bleiben. Ich glaube, diesen Fehler machen viele, dass sie dann eben da keinen richtigen Ausweg sehen. Beim nächsten Tipp bewegen wir uns mal in Richtung Reisen. Wenn ihr in DLC Tours und Tournaments habt, könnt ihr eure Reisen ja deutlich besser planen, als es eigentlich der Fall wäre. Macht ihr zum Beispiel eine Pilgerreise, das habe ich auch schon mal im Obera-Playthrough gezeigt, ich kann es aber nur noch mal betonen, wie wichtig es ist, auch für reguläre Landed-Characters, dann könnt ihr immer die Chance nutzen, eure Route hier unten links anzupassen, natürlich auch mit Reiseoptionen zu belegen, damit die Gefahr nicht so hoch ist, auf allem eure Route anzupassen, um Schauplätze zu besuchen. Warum ist das wichtig? Wenn ihr euch jetzt diese Schauplätze hier einmal anschaut, dann könnt ihr erkennen, dass sie immer so kleine Symbole haben, und wenn ihr drüber hauert, seht ihr immer, was sie euch bringen. Denn die meisten von denen bringen euch Lebenswandelboni. Wenn ihr einen jungen Herrscher habt oder einen Herrscher, der generell noch irgendwie ein bisschen Potenzial haben kann, dann solltet ihr eine Reise planen, die nicht einfach direkt zum Pilgerort geht, sondern die einen schönen Umweg geht. Dazu klickt ihr einfach auf euren Anfangspunkt zum Beispiel, also Paris wäre das jetzt hier, und klickt einfach auf die jeweilige Point of Interest, also jeweilige Gebäude oder wie auch immer, Sehenswürdigkeit, und könnt dann jeweils die Reise anfassen. Sobald die Grünen leuchten, ist klar, dass ihr da durchgehen werdet. Das Einzige, worauf ihr aufpassen müsst, je nachdem wo ihr hinreist, habt ihr eine maximale Länge von einer Reise, ihr könnt also nicht unendlich machen. Wie gesagt, mit dem Wanderer-DLC, also mit Roads of Power, ist das wesentlich eindeutiger geworden, aber das könnt ihr auch, wenn ihr keinen Roads of Power habt und Tours and Tournaments habt. Wenn ihr das so durchgestaltet, dass ihr zum Beispiel hier durch England durchgeht und euch all diese Sachen durchholt, ihr seht, die bringen nicht ganz so viel, aber diese einzigartigeren Sachen bringen euch immer so 200 Verwaltungspunkte, dann könnt ihr ordentlich viel abgreifen und könnt mit den Reisen sehr viel Perks machen. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal schauen, wie viel brauchen wir eigentlich, ich habe jetzt schon sechs Sachen hier drin und brauche tausend, um einen Punkt zu erhalten. Schafft ihr es also, auch hier bei der Verwaltung, schafft ihr es also einmal eine Reise zu planen, die fünf Punkte durchläuft, durch die einen vollen Verwaltungspunkte hinzu. Wenn man mal bedenkt, dass hier der Typ zum Beispiel schon 50 Jahre ist und insgesamt 7, 13, 15 und ich glaube hier noch ein bisschen 18 Perks hat und ihr könntet vielleicht mit einer Reise 2, 3, 4 Perks kriegen, sodass ihr eigentlich schon ein, sagen wir jetzt einfach mal ein Viertel, sagen wir mal ein Fünftel, ein Fünftel zusätzliche Perks bekommt, ist es eine geniale Sache, die man auf jeden Fall mitnehmen sollte. Und ihr könnt das mit jeder Reise machen, die weiter wegfällt, auch eine Universitätsreise ist möglich. Ihr könnt das aber auch mit einer Jagd machen, ihr müsst halt nur daran denken, je kleiner Radius eure Reise ist, zu weniger könnt ihr ausweiten und zu großen Sehenswürdigkeiten gehen. Nehmen wir einfach mal so einen Universitätsbesuch, ihr könnt ja theoretisch mit eurer Universitätsbesuch nach Dagon gehen, also das wäre sehr teuer, ist aber theoretisch möglich. Und hier könntet ihr wirklich alles auf dieser Route, weil es so weit weg ist, mitnehmen an Sachen und könntet zum Beispiel hier mit diesen ganzen Trades halt so viele Lebenswandelperks bekommen. Vielleicht den einen, den ihr noch braucht in Diplomatie mitnehmen, sodass ihr nicht auf Diplomatie gehen müsst, aber eben diesen Perk mitnehmen könnt. Ihr könntet hier bei Verwaltung zum Beispiel eure Lieblingsperks nehmen, wie ich ja schon in anderen Tutorials, in anderen Tippvideos gezeigt habe. Ihr könnt einfach nochmal nachschauen, dass ihr da eure Lieblingsperks mitnehmt, ohne dass ihr selber auf Verwaltung geht, genauso dass ihr mit Bildung, Ränke spielt und so weiter. Ein gigantischer Vorteil, solange die Reise einigermaßen sicher macht und da jetzt nicht großartig irgendwie ein Tod euch droht, kann natürlich immer passieren, gerade bei mir, dann habt ihr da einfach nur einen massiven Vorteil. Und wenn ihr das ja exzessiv macht, wie ich es schon mal beim Eroberer gezeigt habe, würde ich euch das nicht empfehlen, dann könnt ihr auch sechs, sieben Jahre auf Reise sein und 14 gesamte Lebenswandelperks einsacken, was natürlich absolut krankhaft ist und ein bisschen übertrieben ist. Aber eben ein, zwei, drei gezielte Perks von verschiedenen Sachen, wie zum Beispiel jetzt Ränkespielverwaltung oder Kriegsführung, wie auch immer, solltet ihr euch definitiv damit gönnen. Das ist eine super Option. Wie gesagt, DLC, Tours und Tournaments müsst ihr dafür haben, sonst könnt ihr die Reisen nicht planen. Ihr solltet also niemals den Fehler machen, das zu unterschätzen, was so eine Reise an der Macht haben kann. Ich habe das auch so lange missachtet, bis ich wirklich da immer mal wieder drauf gestoßen bin, mich auch ein bisschen mehr da hineingesetzt habe und dann wirklich mal aus dem Weg gegangen bin, um mir die Mühe zu machen. Das ist ein ganz wichtiger Fehler, den viele, viele machen, diese Sachen nicht zu nutzen. Es ist so eindeutig Machtpotenzial, dass hier verschenkt wird, wenn man seinen Charakter nicht darüber einige Lebenswandelperks gibt. Von daher vermeidet diesen Fehler. Jetzt kommen wir zu einem Tipp, der wieder mit dem Krieg zu tun hat und der mir eigentlich relativ klar war, den ich aber unbedingt erwähnen musste, weil ich gemerkt habe im Stream, dass es viel nicht klar ist. Denn wenn ihr hier einen Krieg führt, dann habt ihr einige Möglichkeiten, die euch den Krieg auch erleichtern können. Wir haben jetzt einfach mal hier Akan den Krieg erklärt und wenn ihr sehen könnt, die Hauptstadt von Akan liegt hier unten. Wir wollen vielleicht direkt da unten, weil die Armee sich da verschanzt hat oder eben die Hauptstadt sich da befindet, belagern gehen, eine Armee angreifen, wie auch immer. Wenn ich jetzt einfach nach hier unten klicke, dann seht ihr, dass die KI mir diesen Weg hier vorgibt. Und dann merkt ihr, das sind diese Totenköpfe. Die kennt ihr ja hoffentlich alle, das bedeutet, ihr würdet Truppen verlieren. Und das kann sich schon mal um einige tausend Truppen handeln, je nachdem wie groß eure eigenen Truppen sind. Ja, und was kann man jetzt hier tun? Da gibt es einen ganz einfachen Trick. Und zwar hat Crusader Kings 3, ähnlich wie Strategiespiel, ein Shift-Folgebefehl. Das ist vielleicht nicht jedem bewusst. Wenn ihr hier zum Beispiel jetzt zu dieser Hauptstadt wollt, die sich ganz, ganz gelegen an einem neutralen Gebiet befindet, könnt ihr folgendermaßen vorgehen. Ihr könnt hier klicken, Shift gedrückt halten und dann einfach hier den Folgebefehl geben. Ins weitere neutrales Gebiet zu gehen, ins weitere neutrales Gebiet zu gehen, hier weiter und dann auf die Hauptstadt. Und ihr braucht keinerlei Zermürrung. Ihr müsst nicht komplett durch feindliches Gebiet gehen. Das heißt, ihr kriegt Versorgung dazu. Ihr braucht nicht direkt diese Totenköpfe, also diese Zermürrung mitzunehmen. Ihr müsst nicht alles belagern, was auf der Strecke liegt, sondern ihr könnt ganz gemütlich mit einem Schiffbefehl, ohne dass ihr jedes einzelne Gebiet einzeln anklickt und euch da langsam drum manövriert, einfach hier hinkommen. Das könnt ihr in jeder Gelegenheit benutzen. Denn Shift-Folgebefehl ist einfach hier generell immer eine Möglichkeit. Das könnt ihr hier genauso machen. Ihr könnt den langen Weg hier rumgehen und würdet dann nicht ganz bezauberstet werden, aber bis zum ersten Gebiet zumindest kommen. Das wäre möglich, dass ihr da einfach einen riesigen Vorteil habt. Dieser große Fehler, den man macht, ist das nicht zu nutzen, dass man dann denkt, ich muss erstmal alles belagern. Und es ist auch ein Riesenfehler, wenn ihr generell die Hotkeys nicht benutzt. Diese eine Hotkey ist schon mal absolut wichtig, aber es gibt natürlich noch viel mehr Hotkeys, die euch das Leben erleichtern. Wenn ihr hier unten nicht rumfummeln wollt oder überhaupt nicht wisst, was hier unten ist, dann gebe ich euch diesen Tipp schon mal direkt mit. Ihr könnt eure Truppen nämlich immer spalten, indem ihr F drückt. Dann werdet ihr ungefähr zu einer Hälfte zusammengesetzt. Mit F und mit G könnt ihr die Truppen wieder zusammenführen. Das ist besonders wichtig, wenn wir jetzt mal das Beispiel hier mit Arkan weiterführen, auf ein Gebiet geht und jetzt sagt, ja okay, was mache ich jetzt? Jetzt könnt ihr folgendermaßen einfach diesen Knopf hier drücken und die Belagerer abgeben. So könnt ihr genug Truppen da abgeben, dass er auch noch belagert wird und zwar erfolgreich belagert wird. Und ihr habt eure eigenen Truppen frei, um jetzt zum Beispiel Arkan hinterher zu jagen. Da würden wir den Totenkopf natürlich vermeiden. Wir würden eigentlich außen rum gehen, um dann den Truppen zu jagen und die anderen Truppen können hier ganz gemütlich vor sich hin belagern. Ihr müsst natürlich aufpassen, dass eure Belagertruppen nicht zu klein sind und dann überrannt werden. Aber ihr könnt immer ganz gemütlich mit diesem Knopf F hier die Truppen abspalten, die eben die Belagerer darstellen. Dann ist es nicht nur die Hälfte, sondern es wird immer die Truppe sein. Wichtig ist dabei, die Belagerungsgeräte, die ihr habt, werden immer in der Truppe sein, egal wie viel ihr braucht, immer in der Truppe sein, die die Belagerung aufrecht erhält. Das heißt, ihr braucht da nicht hin und her zu fummeln. Ihr könnt ganz gemütlich diese Truppen aufteilen und dadurch diesen Fehler vermeiden, eure Belagerungsgeräte nicht dabei zu haben oder zu viele Truppen rumstehen und nutzlos behalten zu können, sondern könnt effektiv belagern. Und das schließt sich direkt an den Tipp dazu an, diese Truppen aufzuspalten. Wenn ihr hier einen Krieg führt und ihr hättet zwei Gebiete, ihr könnt hier oben wieder durch Lobby gehen, nämlich für den Schiffbefehl, dann braucht ihr nämlich hier, würdet ihr den Truppenkorb behalten, hier, weil es ein neutrales Gebiet ist, geht ihr zurück zum Feind, nicht, dann könntet ihr einfach direkt zwei Belagerungen aufrechterhalten. Das heißt natürlich nicht, dass immer die Belagerung dadurch perfekt gebrochen wird, das ist natürlich verständlich. Ihr müsst ein gescheites Belagerungsgerät noch haben oder einfach die Geduld. Ihr seht, das läuft auch so durch. Das heißt nicht immer, dass ich deswegen eine Belagerung komplett verliere. Ihr müsst nur, wie hier zum Beispiel, immer die Armee im Auge behalten, aber ihr könnt damit dann schon mal effizient abspalten und so weit wie möglich halt schon mal mehrere Gebiete belagern. Je mehr ihr belagert, desto schneller könnt ihr auch den Krieg beenden. Und eigentlich der letzte Tipp, aber irgendwie auch zugehörig zu diesem ganzen Tipp, ist ein klassischer Fehler, den wir eigentlich alle machen und das ist sehr, sehr oft und sehr lange, weil man einfach nicht weiß, dass diese Möglichkeit besteht. Und zwar könnt ihr bei eurer Armee hier unten immer ganz gesondert Truppen absetzen. Erstmal generell niemals alle Truppen ausheben. Ich habe es ja in verschiedensten Videos schon mal gesagt, diese Aufgebote hier sind verdammt teuer. Wenn ihr euch anschaut, dass die drei Gold kosten, 940 Aufgebote, die eine Stärke von 10 und 10 haben, könnt ihr mal hier sehen, dann habt ihr da einen riesigen Geldverlust, den ihr absolut nicht braucht, weil diese 900 Truppen sind nicht nützlich. Ihr solltet niemals in die Miese gehen, um 1500 Aufgebote rauszuheben. Das heißt, wenn ihr die ganz entspannt entfernen wollt, dann könnt ihr hier auf dieses Plus-Symbol gehen und könnt die Truppen halt je nachdem auseinandernehmen. Ihr könnt hier bis zum letzten Ritter unten, könnt ihr wirklich jedes Ding einzeln, jede Truppe einzeln rausheben. Ihr könnt hier sogar nutzlose Ritter oder Ritter, die vielleicht unleidliche Vasallen sind, wie hier der Graf Fildebern, ihr könntet die einzeln auswählen und einfach in diese 5000 Truppen schicken, um ihnen, wenn ihr Glück habt, auch zu entsorgen. Aber natürlich viel sinnvoller ist es dadurch, dass ihr eben diese Truppen auseinandernehmen könnt. Wenn ihr zum Beispiel Belagerungen aufrechterhalten wollt, wir haben ja Onaga und Mangonellen, könnt ihr einen Squad absetzen, wo nur Aufgebote drin sind, die ihr eh gerade nicht wirklich braucht, plus Onaga, um damit einen dedizierten Belagerungstrupp aufzustellen. Genauso mit den Mangonellen könnt ihr das nochmal machen und könnt die blöden Aufgebote, die eigentlich ja kaum was bringen, dann doch noch nutzgewinnenbringend einsetzen und könnt dann dementsprechend zwei Gebiete schon mal relativ gut belagern. Wieder mit dem Shift-Klick hier nach oben und einmal hier nach unten. Und eure 4000 recht starken Truppen, hier das schwere Fußvolk zum Beispiel und die Bogenschützen und eure Ritter, können dann die Truppen vom Gegner jagen, während eure relativ schwachen Truppen hier einfach sich um die Belagung kümmern. Und wie gesagt, habt ihr zu viel wie jetzt hier, dann macht es wirklich so, dass ihr eure Truppen absetzt. Das heißt, hier zwischen dieser restlichen Aufgebote sind gar keine Militärmacht, warum solltet ihr die überhaupt drin haben? Dann schaut ihr, okay, ich brauche ungefähr die vier Gold, da habe ich jetzt schon mal ein bisschen weit, weil ich rausschmeiße kann, bringt die wieder in ein Gebiet eurer eigenen Fraktion und könnt dann dieses Geld schon mal sparen. Ähnliches könnt ihr auch mit diesem Belagungstrupp machen. Ihr könntet erst mal hingehen und das hier abnehmen. Das sind ungefähr die vier Gold, könnt die zurück in euer Gebiet beordern und habt dann eine perfekte Belagungsgruppe, die sich um die Belagung kümmert und habt eine Gruppe, die sich um die Gegner kümmert, wie wir es jetzt hier zum Beispiel angehen werden. Während die belagern, können wir dann schön die Truppen verfolgen. Wenn ihr jetzt einmal beobachtet, seht ihr, dass wir jetzt mit unseren guten Truppen den Gegner angreifen, sodass wir da gar keine Probleme mehr haben und unsere schwachen Truppen sich schon mal in mehrere Richtungen aufspalten. Wir haben jetzt auch hier zwei Belagungsgräte, zumal die Sache will man das wirklich haben, aber ihr könnt auch ohne Belagungsgräte Belagerung schon mal anfangen und dadurch einen riesigen Vorteil gewinnen. Ihr könnt sehen, dass unsere starken Truppen jetzt hier den Pein bündeln und damit eigentlich den Kampf schon für sich entscheiden. Die sind jetzt auch sehr stark, muss ich ganz ehrlich sagen und könnt hier mit den anderen Truppen Belagung aufrechterhalten. Ein essentieller Tipp, den ich auch gemerkt habe, dass viele es nicht kennen, dieses Halbieren und auch dieses Regimente abspalten, sodass ihr wirklich eine volle Kontrolle über euer Militär habt. So ist es essentiell, das zu nutzen. Es gibt Kriege, wo ihr viel Chaos habt und wo ihr viel solche Sachen nutzen könnt, um einen gigantischen Vorteil zu kriegen. Und guckt eben, dass ihr wie hier auf jeden Fall die Truppen absetzt. Wir haben jetzt minus 16, weil wir eben noch diese verletzten Kriegsvölker haben, aber an sich hätten wir jetzt ungefähr auf 0 die Bilanz gehabt, weil wir ungefähr 2000 Aufgebote abgelegt haben, die uns überhaupt nicht nützen. Und das wären erstmal alle Fehler, die ihr unbedingt vermeiden sollt. Wenn ihr wollt, kommt gerne bei Twitch vorbei, da zeigen wir es ja immer aktiv. Kommt sonst auch beim Discord hinein und joint gerne so Multiplayer-Runden. Wenn ihr Bock habt, mich zu unterstützen, könnt ihr gerne bei Kofi spenden oder bei meinem Partner Holy mit einem Omni5-Code für etwas kaufen. Das würde mich auch sehr freuen und bringt den Kanal voran. Oder abonniert einfach den Hauptkanal, den zweiten Kanal, lasst einen Like da und einen netten Kommentar. Auch darüber würde ich mich freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.